Hallöchen Popuchen liebe Freunde ich bin's wieder hier am Start und willkommen zurück hier zur Spuk Show bei Resident Evil 7 bei Oasi. Jawohl Freunde es geht wieder los hier beim dritten Teil. Wir sind jetzt hier stecken geblieben. Wir haben jetzt noch die Glock in der Hand. Und ja wir gehen wieder raus. Am besten wäre es wieder zurück in die Halle. Und schnauze. Und vor allem erstmal nach oben. Erstmal Fernsehen gucken. Wie war's? So Freunde. Ja. Jo. Ach die Bütze geht mir sowas von auf den Sack. Ich dreh sie mal um. So. So gefällt es mir besser. Ah da. Ja stimmt. Hallo Komi. So. Hier haben wir ja schon gewesen. Hier für ein Schloss. Und hier mal gucken. Nichts. Ach hier sind wir. Alles klar. Ach komm so. Hier sind wir. Gut. Schnurze. Das Spiel ist einfach mein Hassobjekt geworden. Aber gut. Wir sammeln jetzt mal die Kassette auf. Jo. Und gucken einfach mal hoch. Was jetzt. Was jetzt Freunde. Ja. 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 Ich weiß. Ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem was passiert ist. Was ich getan hab. Aber ich will dass du weißt. Das war nicht ich. Ich weiß. Ich weiß nicht was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Dann lauf mal. auf müssen. Alter. Hier drüben Mann. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze. Ficking. Höffel zu. Schnauze! Alter, du bist so hässlich. Du hast gefehlt? Hä? Dann hast du es gefehlt. Na ja. Alter, Schnauze. Fronis aber Prost. Sonst weiß er mal. Alter. Oh mein Gott. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Männchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Bin ich so, Mensch? Das hab ich getan, dass ich das verdiene. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich vergreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabel. Deine Mutter ist eine Gabel. Die Schnauze. Der legt mich am Haar schnur. Rein hier. Die eigene Mutter. Man kann die in hier aufnehmen. Fuck. Alter! Runter! Mann! Wohin? Deine Mutter! Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausnimmst. Ich weiß, dass sie etwas plant. Deine Mutter! Lass mich in Ruhe! Deine Mutter! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Alter! Bitte nicht! Bitte nicht! Freunde! Bitte! Alter! Lass mich in Ruhe! Komm nicht hier raus! Bitte! Komm nicht hier raus! Nein! 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 Komm nicht hierher! Näh! Hau ab! Verpässt dich! Du Dreckzing! Verpässt dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Hau ab! Nein! Hau! Nicht hier! Bitte! Nicht hierher! Bitte! Komm nicht hierher! Bitte! Ich kratze mir gerade am Arsch. Hau ab, bitte. Bitte, hau. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Ja, klar, Ikea. Was machst du? Halt die Schnauze. Wo, 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 wohin soll ich hier entlang, Mensch? Wo, wohin soll ich hier entlang? Wohin? Hau. Hau. Ja, toll. Hau. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Stopp. Nein, nein. 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 Oh, mein Gott. Äh. Wieso kann man hier hier runterspringen? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Weil du hässig bist. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Oh, die Schnauze! Runter! Nein, 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 nein! Doch! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Wo denkst du, dass du hingehst? Aaaaaah! 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 What the fuck? Erumschaft. Versteckspiel. Alter! Freunde! Oh! 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 Alter! Alter! Was haben sie dir angetan, Mia? Alter! was zur Hölle? Was zur Hölle? Was war das denn? Alter! Alter, let me a-marsch! Gleich ins Bett. Alter! Alter! Was zur Hölle, Freunde! Was zur Hölle! Boah! Im Himmel lag schon spüren! Boah! Hilfe! Hilfe! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Boah! Ihr Freunde! Ich wollte erst mal vorschlagen, wir brechen das Ganze erstmal hier ab, weil ich meinte, wir werden gleich was essen. Und, ja, wir sehen uns dann morgen wieder hier bei Resonatärin 7. Ich bin bei Resonatärin 8. Jo, auf jeden Fall. Also, haut rein! Ein... Speichern ist mir hier angesagt. Boah! Alter, Sput! Na gut! Überwindungen pur! Also, haut rein! Gute Nacht! Schöne Anwort! Genießt das Video! Ciao! Euer Dennis! In der Spukschuhe! Brrrr! 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 Ciao!